Ja, willkommen zurück zu Saints Row 4. Wir haben gerade mit Kinsey gesprochen, das habt ihr jetzt nicht gesehen. Und der Commander war dann bei mir im Spiel mit drin. Huch, ich drück einfach mal Tabulator im Kampf. Voll geil. Und dann ist er raus und auf einmal ging alles wieder. Also praktisch die Missionen haben wir angenommen, die hier, laden den Virus hoch. Und als der Commander drin war, ging gar nichts. Da ging wirklich nichts. Irgendwie war das irgendwie fail. Ja, da war irgend, da ist gerade irgendwas komplett im Eimer. Ich weiß aber nicht, was ist irgendwas hier los. Ich muss mal schauen. Nee, okay, da bin ich nicht drin. Nee, bin nicht drin. Ich nehme gerade übrigens nicht mit auf. Das war's für mich. So. Weil irgendwie sind jetzt auch meine ganzen Sachen weg. Und... Au. Ja, irgendwie sind jetzt meine ganzen... Äh, Bekleidung weg und meine ganzen Upgrades sind weg. Irgendwie total... Scheiße. Ja. Ja. Äh, bamm. Wie viele haben wir heute? Ich weiß nicht, doch nicht. Ups, falscher. Ey, jetzt... Ja. So. Na ja, ich gehe mal sterben. Prozent das ist das war ein Abbruch und stürzt dann für mich auch noch einladen weiß ich gar nicht ich bin gerade immer noch in der Mission er hat es dann stürbt mein Freund geschafft so wunderbar wir sind jetzt hier in 1 und 24 so ich drücke mal ganz kurz hier im Moment so habe auch gerade gemerkt na 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 das ist nicht ganz so optimal äh was Freunde einladen hat eine Einladung bekommen ich bin schon wieder einfach offen an der wie es scheiße ist das meine ganzen upgrades meine ganzen mein ganzes Geld ist weg ja keine Ahnung kann ich jetzt auch nichts machen so hast du die Mission noch sag mal was hast du denn du für Probleme alter nö die ganzen upgrades sind jetzt glaube ich wieder da siehst du denn die Mission die ich habe die sprich mit mir du Arschgeige ja zufällig muss ich gerade auch noch gucken ja das maul einfach bei mir jetzt geht es um vier ja bei mir auch Oh ne, nehmt schon wieder so'n Fick, ha? Ne Kloschüssel. Really? Ich nehm jetzt die Holz einfach mal nicht auf. Ey, doch, nimm doch einfach auf, dann machen wir halt länger. Ja, okay. So, da ist immer so... Scheiß Mülltonne. Bei mir, one thing's wrong. Also, wir hatten jetzt irgendwelche Probleme, weil irgendwie das voll fail war. Und... So. Irgendwie war das jetzt alles komplett fail, weil die ganze Zeit sind wegen meiner Upgrades sind weg. Did you notice who I was? Und... Irgendwie hat es verwacht. Störe das System. Nothing helps more than a little disruption to the ZIN Systems. See what sort of mayhem you can cause. Yeah. So. Fliegen. Fliegen. So. 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 Ey, warte. Ja, bin ich. Bestätige doch mal, hallo. Ja, jetzt Stricken Ja, ja, ja Yeah Das ist eine echt blöde Stelle hier Stell ich gerade fest, ich gehe mal ein bisschen weiter weg So, Menschen Sterben Bam Ja, komm doch her, du scheiß Bulle Hey Lasst euch aber auch schon ganz schön Zeit hier Das ist ja schlimm mit euch Halt Dammit Bam Und Bam 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 Noch ein Auto Oh Noch eins Noch eins Noch eins Noch eins Oh, jetzt weiß ich was mir hier die ganze Zeit ab, allererischen Panzer Panzertod Bam Ey, geh weg von meinem Gebiet hier Bam Yeah Yeah Boah, den Wagen will ich haben, Alter Steig doch rein, Mann So Könnte ich denn da einsteigen? Fuck shit Oh, das Auto noch kaputt, das Auto noch kaputt Wer ist, die Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop Polizei Hier ist die Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop, Polizei portion Polizei, die Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pophitzei jealous überzeugte Che種, hoffen envf Er Doll BAM 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 This is working out well MAAAN MAAAN Nur Silber ey K Und ich bin jetzt erst Level 12 ne Fogut Eingabe Ich bin Level 14 Ich bin Level 12 Alter Läuft irgendwas schief da Das ist nicht so ganz möglich Wie ich so das Wache Ich bin mal ganz gut zu Leine Ich bin wieder BAM Probleme alter Fetzer glaub Auf Oh da Schnellige Probleme BAM BAM So So Ich kann Schnatz jagen. Ich jag den Schnatz, wenn ich ihn finde. Haha, wo ist der? Schnatz! Schnatz! Schnatzi? Schnach, schnach, schnach. Hä? Bin ich blind? Ich seh den einfach gar nicht. Hä, wo ist denn der? Alter, hau nicht ab. Du blöder Schnatz! Ich krieg dich trotzdem. Bam! Schnauze! Ach, Bekanntheit weg. So, ich begebe mich auf ein Hausdach. Oh, was? What have you done? Ich hab eine Mission angenommen. Welche? Lade den Virus hoch. Hä? Was hab ich da schon gemacht? Äh, nein, eine andere. Der war auch komplett woanders. Kommt Welle, zwei von drei. Ich brauche eine andere Waffe. So, ich bin hier mal in dem Panzerfahrzeugs. Fahrzeugs. So, wo ist die nächste Welle? Nein, es fehlt noch einer. Hä? Eine, ein Typ muss noch sterben. Kills fünf von sechs. Ist der vielleicht irgendwo auf dem Dach? Da kommen sie. Ah. Welle drei. Und ich hab einfach keine unendliche Sprinten, ne? Was? Läu, was ist denn für eine Karre? Alter, jetzt sterb doch mal hier. Endlich. So, und jetzt? Warte, ich muss das mal, ups. Ich muss das mal annehmen. Zwischen. Da, Aufträge. Melde dich bei Kinsey. So. Jetzt. Zettel. Sind wir gleich in den Her. Stopp. Und rein da. Und oben. Hey. Okay. Toll, dass du es ohne mich einfach machst. Find ich echt cool, gell? Ich bin da da spaß, Digga. Ich würd sagen, wir beenden die Folge. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss. Ciao. 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 Vielen Dank.